So sind wieder gesund und munter zu Hause angekommen. Udo und ich haben heute wieder einige Menschen glücklich gemacht mit Essen. Haben es später in den Häusern verteilt, weil wir wirklich immer noch keinen richtigen Anlaufpunkt hatten, wo wir die Essen schnell effektiv verteilen können. Dadurch haben wir halt diese Aktion gestartet, indem wir in die Häuser einzeln reingerannt sind und zum Schluss sind wir halt wieder nach Waldforzheim gefahren, an den Imbiss, wo Andreas immer noch aufrecht erhalten hat. Ich finde es super. Heute muss er leider abbauen. Ich hoffe, es wird sich in Vertretung finden. Ja, wer will, kann uns anrufen. Wer sagt, da und dahin muss essen. Es steht immer noch. Ich habe noch ein paar Fotos heute gemacht, dass ihr die Eindrücke mal erfassen könnt, was da eigentlich so an Matsch noch zu machen ist. Ja, man freut sich auch natürlich, wenn man alte Freunde, Schulkameraden trifft. Die seien noch ein Gruß an Michael Einig, der als Matschmonster getan hat, weil man vor mir stand. Hoffe, die hat es auch geschmeckt. Und ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. So,